Herzlich Willkommen zurück bei Blair Witch. So, wir waren immer noch dabei, die Dinge zu fixen und es ist hell. Wow. Was? Wie? Oh, es ist wieder Tag. Es ist wieder Tag. Man sieht wieder was. Ist das schön. Oh Gott, das ist Bulle, das ist hell. Bulle, buddy. Nein, ich bin wirklich zuerst verloren, nicht wahr? Ja, meine Gedanken sind genau. Bulle, das ist hell. Man sieht was. Oh, Jess hat ganz viele Nachrichten geschrieben. Fangen wir mal mit. Wer ist denn? Hey, ich werde ständig zu deiner Mailbox weitergeleitet. Egal, ich habe eigentlich nur angerufen, weil, ähm, eigentlich weiß ich gar nicht mehr warum. Ich habe in letzter Zeit viel über uns nachgedacht. Gehst du mir aus dem Weg oder bist du noch immer im Wald unterwegs? Egal, ich habe eigentlich nur... Meldet dich, wenn du kannst, bis dann. Dann, äh, rufen wir sie doch mal an, so ich sagen. Jess, ist es nicht ein bisschen early für dich? Äh, nein, warum würde es nicht so sein? Du willst nicht sprechen? Nein, 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 es ist gut zu hören, dass du deine Sprache hörst. Hör, ich bin entschuldigt von früher. Es scheint, dass alles ich mache ist, dass ich entschuldige. Und dann sage ich etwas schlusses wieder. Ja, und ich werde immer wieder zurückkommen. Ich glaube, ich bin ein Glutton für Verabschung. Es ist wie, dass wir in ein neverendungsverletziger cycle von Bullshit sind. Eine Perpetual Bullshit-Machin? Ich meine, sie sollten uns auf die Gründe auf die Gründe, wir können wahrscheinlich ein kleineres Stadt. Hey, so lange wie wir geteilt sind. Wir waren gut für ein paar Tage, nicht wahr? Ja, ich glaube, wir waren. Also, was ist passiert? Ich weiß nicht, Alice. Leben... Leben hat sich passiert. Ja, meine mehr als deiner. Hey, nicht aufzuhören. Du hast einen Job, du weißt? Ja, ja. Ich hätte besser zu kommen. Ich kenne dich später, okay? Ich werde dich zu kommen. Ach, ist das schön, das Tageslicht. Vielleicht kriegen wir jetzt mal wieder irgendwie eine Sorge-Talkie. Kann jemand hören? Emmett, ich weiß, du bist da. Bitte, antwortet mir. Offensichtlich nicht. Aber bleib, 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 bleib. Oh, Gott, es ist frisch. Ja, komm her. Uwe, das ist hier durch. Das ist hier. 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 Schlimm, schlimm. Und diese Waldverschmutzung. Ach du Scheiße. Deswegen geht er nicht mehr ins Walkie-Talkie. Hoffentlich. Hoffentlich. Schlimm, schlimm. 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 Und seine Kopf ist... Oh Gott. Es ist gar nicht auf. Lennig. Das ist ein Badge. Keiner hat es mehr als er. Anneta Okay, da geht es nicht weiter. Was hast du da? Hey, sag mal her. Der Freundesmord. Das ist auch die Stelle, wo er liegt, oder? Was hast du hier gemacht, Scherf? Das ist nicht mehr nur ein Missing-Person-Case. Was hast du da? Was hast du da? Du bist ja ganz aufgeregt. Es wird doch schon wieder dunkel. Was ist das hier? Das ist die Grafik-Pags. Was bist du da? Was ist das? Sie sind sind Grafik-Pags. Wait, what? Where'd all the water go? Is this, really, the right way back? Either I'm going crazy or... Run, Alice! What the fuck? Bullet, run! Run, Alice! Keep running! Run, Alice! Run, Alice! Shit! Run, Alice! Run, Alice! Run, Alice! Run, Alice! Run, Alice! Run, Alice! I don't know if the boat should be able to do it, but... Run, Alice! Run, Alice! Jesus! Fuck! Come to me, Alice! Shit! No, not now! Come on, work! Come on, work! It's definitely man-made, but... Fabio! What is it? What's this don't get in? You got it! What? What? Come on, do my... To keep smiling! Do you? 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 mehr als die Taschenlampe gerade heiligsblechler ich frage mich sowieso was der Alice sich hier gerade alles einbildet und was real ist dann geht die Taschenlampe wieder noch eine andere ich weiß wer diese Leute sind Stuck! No! Oh, thank God. Over here. Hör auf die Stimme. Wir haben eine neue Sprachnachricht. Ob man das zur Vernunft gekommen nennen kann? Das hat er nicht gemacht. Oh! 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 Wie sind wir hier los? Ja, Alice, du hast einfach einen Sprung in der Schüsse. Ja, geil, du bist am Zelt. Wir sind heute. Jeder ist mit einem einen mehr geblieben. Sch, 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 es ist okay, Junge, alles ist okay. Was ist das? Es sieht aus, dass jemand hier für uns ist. Es ist ihm. Du hast etwas näher. Du findest es, buddy. Das ist so ein großer Stein, der hier? Kann das sein? Nein, oder? Das ist das Gleiche, aber älter. Ein viel älter. Und das macht keinen Sinn. Die Angst, die Monster zu vergessen, hier von Todd Mackinnon. Mein Vater, Theodore Mackinnon, war ein Holzfäller. Als ich noch ein Kind war, nahm er mich oft mit zum Sägewerk im Black Hill Forest, um mir Geschichten über die Monster und Hexen zu erzählen, die dort leben. Nach knapp 40 Jahren bin ich an diesen Ort zurückgekehrt. Er sah noch immer genauso aus, wie ich in Erinnerung hatte. Mit Ausnahme seiner beunruhigenden Lehre. Niemand war mehr da, um Geschichten über furchterregende Monster zu erzählen. Es gab keine einzige Seele, die diese Geschichten hätte weitergeben können. Das Holzunternehmen existierte nicht mehr, und das Sägewerk war seinem Schicksal überlassen worden. Aber ich konnte nicht einfach zulassen, dass es vollständig in Vergessenheit gerät. Nicht bevor es mir seine Geheimnisse offenbarte. Nicht bevor ich herausfinden würde, was mein Vater dazu getrieben hatte, sich das Leben zu nehmen. Das wird doch der Stein. Das wird doch der Stein. Schwierig zu sagen. Hier steht was drauf. Das ist der Stein, der da im Hintergrund ist. Marius. Das muss der Stein sein. Das ist der Stein. Das ist der Stein. Ich bin ein guter Wiff, Bullitt. Das ist wichtig. Attaboy. Das ist es. Ich bin zu Hause. Ein Schmuck? Wo ist... Nein, nein, das ist unmöglich. Ja, ja. Let's move on. Ja, let's move on. Wird schon wieder dunkel. Hallo? Wer ist da? Was? Wer ist das? Schade. Ja, los. Haben schon ein Bullet. Was hast du gefunden? Eine andere? Ashley M. Elisha 5, this is Monarch. Do you copy? This is... No, you're not real. What is it, boy? Something wrong? Easy boy. It's gone now. The lightzer patrons. Das ist Fokstruck 1. Wir befinden uns, Herr. Wir befinden uns, Herr. Was ist der Fall? Fokstruck 1, das ist Monarch. Run to the next position. Avoid contact at all costs. Weiter, weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind getroffen. Sanitäter. Wir sind getroffen. Wir sind getroffen. Wir sind Getroffen. Bill! Das sieht gar nicht mehr nach weit aus. Der durchliegt hier gerade irgendwelche Kriegstraumator, glaube ich. Jesus. Jesus. Ich kann's. Ah! Bullets? 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 Things would've been different if you... All this would never... I would never... Okay. I'm okay. Yeah. I'm okay. Good boy. Good boy. Good boy. Okay, ich würde sagen, es ist eine gute Stelle, um zu sagen, wir machen in der nächste Folge weiter. Schaltet für einen bei Blair Witch. Mein Name ist Tom und bis dann.